Stärke 2 Tränke Alle Infos zu Stärke 2 Tränken, was du wissen musst und wie du sie bekommst. Stärke 2 Tränke erhöhen den Nahkampfschaden um 3 Herzen. Öffnen wir den Braustand. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Stärke 2 Tränke. Der normale Stärke 2 Trank hält 1 Minute und 30 Sekunden. Um diesen zu bekommen, brauchen wir den Trank der Stärke 1 und verbinden ihn mit Glowstone-Staub. Um aus diesem jetzt einen Wurftrank zu machen, verbinde ihn mit Schwarzpulver. Verbinde diesen Wurftrank mit Drachenatem und er wird ein Verweiltrank. Konnte ich dir weiterhelfen? Dann gib diesem Video doch einen Daumen nach oben. Vergiss nicht diesen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Hau rein und bis dann.